Wie die Dinge funktionieren in der geistlichen Welt. Danke, Heiliger Geist. Ich habe gerade eine Information vom Himmel erhalten. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Es gibt jemanden, die im Internet zuschaut, die wirklich diese Information dringend braucht, die wir jetzt gerade freisetzen werden. Es gibt jemanden, die Information, die wir jetzt freisetzen, wird ihr Leben retten vom Todesbett. Es gibt jemanden, die Information, die wir jetzt freisetzen, tut mir ein Gefallen. Nehmt euer Handy und ich möchte, dass ihr Folgendes tut. Lasst uns zum YouTube-Kanal der New International Church gehen. YouTube-Kanal der New International Church und teilt es auf eurem WhatsApp, teilt es auf eurem Facebook und liked es, sodass wir jetzt versuchen, diese Menschen zu erreichen. Denn ich sage euch, beim 1. Januar werdet ihr hören, dass Menschen Suizid begangen haben. Am 1. Januar werdet ihr hören, werdet ihr von Unfällen hören und von Gefahren. Ihr werdet von Zerstörung hören, aber wir können jetzt jemanden retten. Wir können jetzt jemanden retten. So get your phone, please everybody, get your phone. You're watching us online, do the same, do the same, take your phone and go to New International Church YouTube-Kanal. Lasst uns diese Informationen teilen. Denn wir gehen vom Gewöhnlichen ins Geistliche jetzt. Wir gehen jetzt in den Geistlichen Bereich. Und als wir dies jetzt tun, wird etwas Übernatürliches geschehen. Ein geistliches Protokoll. Wie aktiviert man die Kraft, die Gott in dich hineingelegt hat als Kind Gottes? Kann jemand in Zungen reden? Das ist ein sehr wichtiger Moment. Wir stoppen jeden Geist des unzeitigen Todes. Geist des lebendigen Gottes. Vater, wir halten jede Aktivität auf. Wir halten jeden blutrünstigen Dämon auf. Wir sagen, genug ist genug. Es wird ihnen nicht gelingen. Wir erklären im Namen Jesu. Wir stoppen sie jetzt. Wir stoppen sie jetzt. Es wird ihnen nicht gelingen. Niemand wird runtergehen. Im 2024, am 1. Januar. 2024, wir halten die Aktivitäten auf. Des Teufels. Wir halten die Unglücke auf. An diesem Monday Night ainsi, bisherigen paddelnят officialen courte Japan. finiteified Gilen �メ assumptions. Dieser Tod vaccine macht sich, auch eine constellung zu sehen. Dessertivität hat sich, der Panik. GUARDE, Gitar Gracias zu Eine fest installierte Wetterkamera fängt den Moment ein, als die Erde zu beben beginnt. In der zentraljapanischen Präfektur Ishikawa schreckt das Beben mit der Stärke 7,6 die Bewohner gegen 16 Uhr Ortszeit auf. Die Menschen werden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Ein Großbrand bricht im Erdbebengebiet aus, etliche Häuser werden zerstört, in zehntausenden Haushalten fällt der Strom aus.